Drücke Halt von Geh! Ah, da hab ich dir durch. Hm? Okay, lass uns weitergehen. Du musst dich hier rein. Doch musst du. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt finden wir es im Auge. Ich meinst ja... So lang? Hier. Hm? Ah, hier rein. Ah ja. Ist das jetzt überhaupt mit dem Vorrat? Bestimmt. Ja. Ah, super. Und rein. Das sieht so nice aus einfach. Mein, was? Dass du einen hast. Das Blau? Hm. Ah, hier ist auch eine Bank. Okay. Und eine Anzugstation. Nein, brauchen wir jetzt noch nicht. Ah, hier müssen wir... Ja, okay. Hm? Ja, hier rein. Ja. So. Hm. Ach, naja. Finger. Ah, ne. Das ist gut Schluss. Na dann, mach mal rein. Geschafft. Boah. So ein paar Sekunden später bin ich jetzt vergackt. Die Schadkern ist jetzt richtig gut bei mir. Ah, hier ist eine Leiter. Okay, dann geh mal hoch. Hm, mach jetzt auch. Hat sich gelohnt. So, Medikips. Ach, naja. Hm. King. King. Hier ist wieder auf den Gegner noch nicht mehr. Das Boot... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der wollte die Gruppenkuscheln machen Der wollte die Gruppenkuscheln machen Da glaub ich dir das Wort Und links Das ist rechts Mancher Der hat einen Lift zum Schacht Oh, das ist cool hier! Oh, guck mal hier! An der Wand Hm? Okay, Munition hab ich ja schon Lüftung schockt Alter! Siehst du hier an der Wand? Oh ja! Ach du heilige Scheiße Hm? Warte, ich fack kurz ein Roboter aus Okay Ja, will ich dir rechnen Hm? Okay Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab Was verdammt Krankes Warte, ich fack kurz Was meinen Sie was das heißt? Sergeant! Hier ist es! Sir! Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein! Noch nicht! Der Transponder ist weiter drin! Sind Sie verrückt geworden? Sir! Warten Sie auf mich! Hm! Interessant! Hey! Krass! Ja, wo musst du dann? Hier! Oh, hier hoch ey! Alter! Achtung! Okay! Das war so klar Achtung! Holy Shit! Holy Shit! Boah, gut dass die alle da einfach so runter schossen können Achio! Oh-ho-ho! Alter! Bitte! Noch einer! Ne, ich bin doch nicht überhöflich! Was fehlt, was? Ah, ich bin krank aus. Ja, das ist ganz geil gewesen. Let's mal nachwärmen. Kleiner Adrenalinschule. Soll ich das genau da der Lüftungsschacht sein muss? Links Lüftungsschacht. Nichts, alles frei. Und hier wieder links. Okay, mach mal auf. Links ist nichts. Hier rechts müssen wir irgendwas reinmachen. Äh, links meine ich. Scheiße. Ich höre nichts Gutes. Okay, wir müssen hier runter. Wir müssen überall diese Energiedinge reinmachen. War ich hier schon? Ne, ne. Okay, gut. Gut. Okay. Ist da Lüftungsschacht? Ich höre. Ich höre. Ich höre. Da ist es. Ah, ich flanker Ah nein, scheiße Ich musste bei dem anderen nachladen Ah, guck mal, hier ist dein Roboter Ich weiß, ich habe mir was zu dem geplantet Ich so, über die Waffe wechseln, dann... Ja, ich hatte die Overwatch-Version auf den gewechselt Ja, wir knallen das mal Ich guck mal, was dann passiert, wenn ich den da reinpacke Okay, mach mal Ah, guck mal, da können wir rein Gehen wir rein? Muss man bestimmt auch Okay So, ja, okay Oh, wenigstens kam keiner hinter uns Das ist die Vorratskammer hier, ne? Das ist die Vorratskammer hier, ne? Mhm, echt? Ich glaube schon, oder? Und... Und... ja Ja Loor Das ist... ah da ist der Repeater Na gut, okay Hm, interessant Jetzt hier unten oder da oben? Erstmal unten. Oben können wir gleich noch. Ja, öffnen. Da oben ist auch wieder so einer. Make us whole. Machen ist vollkommen. Komme ich hier? Hier gibt's schöne Sachen. Ich höre das Kratzen. Das sind bestimmt kleine Gegner wieder. Lüpfung Schach, Lüpfung Schach. Oh, komm mal hier. Hm? Ach, okay. Boah, hier sind voll die Störungen drin, ey. Hm. Oh Gott. Boah, das hat sich jetzt gelohnt. Ach guck mal, durch meine Waffe schrecken die auch zurück und dann kannst du die komplett abweilen. Ja, durch die fliegen die auf die Fresse. Ja, das ist richtig gut die Taktik hier. Oh ja. Sollen wir hoch oder da hinten rum? Ah nee, da ist gar nichts, ne? Nein. Nur Lüpfung Schacht. Na gut. Mhm. Wo bist du überhaupt lang? Hier lang. Lüpfung Schacht. Bank. Bank ist gut. Gehen wir mal zur Bank. Gehen wir mal zur Bank. Was schon antworten? Ja. Oh ja. Ja. So. Hm, was kann ich da reinpacken? Den würde ich haben. Waschen. Pläne. Schrotflinte. Hm. Okay. Hm. Ja, alles gut. Also momentan benutze ich sogar lieber die Plasma-Strahlen-Kanone hier. Hm. Weil die mehr durchhaut. Ja, dafür nehme ich halt gerne die Shotgun. Ja. Bei dir einfach. Den fertig machen. Hm. Ja, mach ich wieder so. Huh. Also ist schon leichtes Zittern hier drinnen. Oh ja. Wird sogar ein bisschen kalt gerade. Ich glaube, ich sollte mal das Fenster zumachen. Ja. Das sollst du wirklich mal machen. Hm. Ich drück mal auf ich ihn muss. Wow, ich werde eine einfache Strahlen-Kanone wiederherstellen. Wow. Ist das nicht toll? Oh, nee. Stolperf ist gut. Stolperf ist gut. Der zweite da unten. Der untere Tool macht richtig viel Schaden. Jo. Wir machen jetzt Munitionssuchen, ne? Die versteckte. Hm. Dann können wir danach direkt Vorratskammer suchen machen. Oh. Ach, wie schön. Ach ja. Das riecht so schön jetzt. Durch die Kerze. Hm. Wunderschön. Ja. Du bist gut hier. Wunderschön. Du bist gut hier. Wo? Wie viel Gutes? Ich bin da. Wo bin ich da. Das weiß ich auch nicht. Du bist. Hast du noch so eine Kurbel? Eine Kurbel? Ja, hab ich. Na gut, du musst hier nicht herstellen. Nee, ich hab die noch vom letzten Mal vorsichtshalber. Na sehr gut, ich bin fertig. Okay, dann können wir weitergehen. Ja. Ah geil. Nächstes Mal ein Suchroboter. Fertig. Ja. Oh oh. Ah, jetzt ein Kurbel. Oh oh.